Vor euch seht ihr die größte Ritterburg, die Lego jemals herausgebracht hat. Welche passend zum 90-jährigen Lego-Jubiläum am 1. August 2022 für sage und schreibe 399,99 Euro erscheint. 4.514 Teile sind dabei. Es ist zwar nicht die höchste, das bleibt immer noch diese Dublo-Ritterburg von ganz früher, aber wahrscheinlich die beste Ritterburg, die es jemals vom dänischen Klemmbausteinhersteller gegeben hat. Aber seht selbst, denn 400 Euro, da muss man sich natürlich dreimal überlegen, ob man das jetzt dafür ausgeben möchte. Da kann man auch schon das große Hogwarts-Schloss oder den Loop-Coaster für bekommen. Dieses Set wurde mir für ein Review früher zur Verfügung gestellt. Alles, was ich in diesem Video sage, ist aber trotzdem noch meine eigene Meinung. Wenn ihr den Karton geöffnet habt, liegen 26 Bauabschnitte vor euch. Tatsächlich gibt es hier relativ wenige Fremdfarben. Viel Grau, klar auch ein bisschen Grün und Blau für den äußeren Teil der Burg. Dazu bekommt ihr auch zwei Anleitungen. Die Burg wird in zwei Teilen gebaut, das heißt, ihr könnt die auch mit Kollegen zusammen aufbauen. Das finde ich sehr wichtig. Und natürlich, eine gute Nachricht, in diesem Set ist kein einziger Sticker mit enthalten. Alle Schilde, alle Fahnen und so weiter, das sind Prints. Da müsst ihr nichts kleben. So wünscht man sich das doch für ein 18-Plus-Set. Nun aber genug geredet, so sieht die Burg aus, wenn sie im geschlossenen Zustand vor euch steht. 45 cm breit, 38 cm hoch. Und natürlich, wenn man sie hier vorne mit den restlichen Burgen, die ein bisschen hier in der Historie abgebildet wurden, in der Anleitung vergleicht, dann ist sie natürlich die schönste. Sie ist wahrscheinlich noch nicht die ikonischste. Klar, einige werden mit den anderen hier in der Kindheit gespielt haben. Aber das Teil ist einfach der Wahnsinn. Das muss man so anerkennen mit diesen kleinen Innenhöfen, den Türmen oben drauf. So eine gute Umsetzung habe ich von Lego nicht erwartet. Und tatsächlich sieht sie auch noch mal wesentlich besser in Person als auf den Pressebildern und Kartons aus. Aber auch bei den Minifiguren haben sie sich absolut nicht lumpen lassen. 22 Stück beleben hier die Ritterburg. Einerseits natürlich die Königin mit ihrem Pferd. Sie sieht schön aus. Der Mantel hier auf dem Rücken ist auch toll. Das Pferd hat jetzt auch ein neues Sattelteil bekommen, sodass auch die Aufbäumfunktion und der Kopfmechanismus weiterhin funktioniert. Was mir an ihr fehlt, ist natürlich die goldene Krone. Damit verbinde ich die klassische Lego-Ritter-Serie. Hier zur Seite stehen neun Löwenritter und tatsächlich auch einige Ritterinnen. Die haben alle verschiedene Ausrüstungen mit am Start und beleben diese Ritterburg natürlich sehr gut. Neun Ritter, das ist für Lego schon überdurchschnittlich viel. Die bekommen es auch hin, die Burgen viel zu sehr unterzubesetzen. Drei Falcon Knights gehören auch noch mit dazu. sowie vier Bewohner, ein Zauberer, der allerdings keinen Print hat. Also es müsste auch ein Remake von der klassischen Zauberer-Minifigur gewesen sein. Der hatte damals einen Print. Die Logik dahinter erklärt sich mir nicht so ganz, aber dafür gibt es auch einige Tiere in diesem Set. Leider immer noch kein Remake der seltenen Ziegen, aber dafür eine ganz solide Auswahl. Aber was kann man jetzt mit der Burg machen? Nun ja, ein Satz könnte sie geschlossen ins Regal stellen. So kennt ihr sie ja schon. So fügen sich auch alle Räume im Inneren genau an und auch alle Innenhöfe. Ist eine schöne Variante, aber so habe ich damals immer mit meinen Ritterburgen gespielt. Ich habe sie aufgeklappt und mich dann dahinter gesetzt. Das geht bei dieser natürlich auch. Wenn ihr das macht, dann habt ihr den kompletten Innenraum drin. Bilden sich außen auch andere Strukturen. Zum Beispiel wird dieser kleine Balkon hier zu einer Brücke. Das ist mega cool gebaut und es gibt natürlich dann den Blick auf noch mehr Details und auch ein paar nette Funktionen frei. Hier aber noch ein kleiner Exkurs in die Bautechniken. Da gibt es ein paar nette. Jetzt haben wir diese Bögen überall. Das sind solche Kringelteile kombiniert mit diesen Huckeln, die dann quasi seitlich befestigt werden. Die Schießscharten sind auch ganz nett. Das sind Plates, die einfach mit Brick Modified an der Wand gehalten werden. Oder auch das Fachwerk hier oben beim Wohnbereich der Königin. Die Ritterburg können wir hier über diesen Aufstieg betreten. Das sind solche Slopes. Hat leider zur Folge, dass man hier natürlich keine Minifiguren draufstellen kann. Nur auf diese kleinen Absätze. Und das ganze Element hier vorne lässt sich auch noch vom Hauptteil trennen und gibt sogar einen kleinen Geheimgang frei. Dazu kommen wir später. Die Zugbrücke, über die die Ritter die Burg betreten können, sieht erstmal relativ simpel aus. Mit einem Rad hier oben könnt ihr sie ein- und ausfahren. Und auf der Oberseite gibt es auch noch eine Funktion, um das Fallgatter auszulösen. Aber wenn ihr unerwartete Gäste vor eurem Tor haben solltet, könnt ihr die Zugbrücke auch verwenden, um die direkt in den Kerker zu befördern. Was ist das denn für eine geniale Funktion? Sobald die Gäste dort unten gelandet sind, könnt ihr sie in eine der zwei Zellen hier einsperren. Und einen alternativen Gesichtsausdruck bzw. Körperform gibt es dann auch. Dort ist einerseits ein Skelett gefangen oder auf der anderen Seite gibt es auch eine geheime Ausbruchsfunktion. Direkt daneben könnt ihr aber auch über einen weiteren cleveren Mechanismus nochmal ein kleines Versteck betreten. Da haben wir dann Schwert, Bogen und nochmal ein Schild. Ebenfalls im Keller befindet sich die obligatorische Schatztruhe. Da sind solche 1x1 Münzen mit Bedruckungen drin. Und neben ein paar kleineren Accessoires findet ihr hier auch noch den Aufstieg nach oben. Im Eingangsbereich könnt ihr das Pferd der Königin verstauen und auch nochmal weitere Waffen und Schutzelemente finden, wie zum Beispiel einen Helm. Ganz lustig wird es hier oben auf dem Turm, wenn wir jetzt unter Angriff stehen sollten, dann könnt ihr diese kleinen Steine nehmen und die durch die Lücken vorne auf die Angreifer draufschmeißen. Oder auch etwas unkonventionellere Methoden verwenden. Dort hinten ist tatsächlich ein Plumpsklo eingebaut. Dort könnt ihr natürlich das Toilettenpapier runterwerfen. Scheint hier draußen schon ein Frosch getroffen worden zu sein. Kann mir nicht erklären, was im herkömmlichen Mittelalter ein Schokofrosch zu suchen hätte. Hier hinten am Wasser gibt es theoretisch noch einen zweiten Eingang in die Burg, den ihr aber theoretisch auch noch versiegeln könnt. Dafür lasst ihr einfach hier hinten dieses Gatter herunter und habt dann keine Chance mehr dort reinzukommen. Auf der anderen Seite befindet sich auch nochmal eine kleine Waffenkammer. Die verdeckt dann hier einerseits den Mechanismus mit dem Gatter, andererseits gibt es dahinter nochmal mehr Schilde und Waffen. Der höchste Turm der Burg ist relativ leer und wird halt vor allen Dingen für den Mechanismus bei der Zugbrücke verwendet. Und hier gibt es auch nochmal eine große bedruckte Flagge. Neben der Zugbrücke befindet sich auch noch ein kleiner Innenhof. Dort kommt ihr durch einen sehr schönen Durchgang rein. Marktstände haben wir dort. Der Marktstand lässt sich tatsächlich auch nochmal so nach oben klappen für eine Geheimtür. Da kommen wir ganz am Schluss zu. Zwei Posten können hier auch noch mit Minifiguren zur Verteidigung besetzt werden. Sehr schön verwinkelt eingebaut ist hier diese kleine Treppe, die uns dann einerseits wieder zu diesem coolen Ausguck, der sich dann zu einer Brücke transformiert, führt. Aber auch der Eingang zum Zimmer der Königin ist. Der befindet sich dort. Sie hat hier ein eigenes Schlafgemach mit Kamin und Teppichboden. Beziehungsweise, so vermute ich zumindest, teilt sie sich das Zimmer mit ihren Kindern, die dann hier an dieser gelben Ritterburg bauen können. Das ist natürlich ein Easter Egg und spielt auf die Yellow Castle die legendäre Ritterburg von ganz früher an. Direkt darunter befindet sich der Essenssaal. Sehr schön gebauter Tisch hier mit dieser Tischdecke und den drei bedruckten Schilden. Und auf der gegenüberliegenden Seite, wenn sich das Teil schließt, haben wir ein Cembalo sowie einen Kamin mit Holz sogar zum Nachlegen. Aber die Bewohner der Burg wollen natürlich auch verpflegt werden. Dafür gibt es hier einen Mühlstein bzw. eine Bäckerei, welches über den Wasserkraft dann betrieben wird. Sehr coole Sache. Und ja, ihr könnt im gegenüberliegenden Zimmer das Brot auch noch backen. Jetzt fragt euch aber bestimmt noch, was unter dieser geheimen Falltür steckt, die ich euch vorher nicht gezeigt habe. Nun ja, dafür müssen wir die Burg in zwei Teile teilen. Dann könnt ihr sehen, dort ist der Mechanismus und hier ist der geversteckte Raum. Wie man anhand der Zielscheibe im Hintergrund erkennen kann, ist das wohl ein kleiner Hideout für die Forest Men. Hier unten dann Speisen bzw. ihre Karten angucken. Und jetzt macht es auch Sinn, wo der Gang unter dem Aufstieg hin führt. Und zwar genau in diese geheime Kammer. Ein bisschen Grünzeug verteilt sich auch noch um die Burg herum. Einerseits dieser sehr imposante schwarze Baum auf der rechten Seite. Andererseits aber auch eine sehr langweilige Grünfläche direkt vor der Burg. Ihr seht, das sind einfach nur solche ausgelegten Plates mit ein paar Einmaleinsern drauf. Ein paar Bäume sind da auch noch. Die haben übrigens eine neue Farbe. Die gibt es zum allerersten Mal in diesem Set. Aber etwas mehr Grünzeug bzw. beim Wasser auch noch ein paar transparente Fliesen wären hier definitiv noch drin gewesen. Aber ist die Ritterburg für 400 Euro denn jetzt ein gutes Set? Nun ja, ich sag's mal so, wenn ihr irgendeinen Bezug zu Rittern habt oder vielleicht selber mal in der Ritterburg gespielt habt von Lego, dann werdet ihr hier mit definitiv Freude haben. So viele kleine Details, die man beim Bauen entdeckt, genauso wie Bautechniken und natürlich auch 22 Minifiguren, die die ganze Ritterburg beleben, laden natürlich auch zum Spielen ein. Auch wenn man jetzt über 18 wahrscheinlich nicht mehr so viel damit spielt. Kann man es natürlich noch den Kindern hinstellen, wenn die jetzt das dürfen. Die müssen auch nicht zwangsläufig 18 Jahre dafür alt sein. Es ist aber halt schon einfach cool, wie sich das Teil von hinten öffnet und man dann mit allem beleben kann. Das größte Manko neben den paar kleinen Sachen, die ich gerade erwähnt habe, ist natürlich der Preis. 400 Euro sind dafür einfach zu viel. Das kann ich nicht anders sagen. Und wenn ich jetzt wählen müsste zwischen diesem Set und dem großen Hogwarts Castle aus der Harry Potter Reihe, würde ich natürlich jederzeit das nehmen und dann nochmal 20 Euro für draufzahlen, weil halt nochmal mehr Abwechslung drin steckt und ich aber auch ein Harry Potter Fan bin. Ein gutes Set ist es definitiv. Bleibt halt nur auf euch überlassen, ob ihr die 400 Euro dafür ausgeben wollt. Hier findet ihr noch mehr Videos und bis dahin. Danke fürs Zusehen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.